Wikidata ist eine Wissensdatenbank, die Wissen über die Welt enthält, dass Berlin die Hauptstadt von Deutschland ist oder wer den letzten Oscar gewonnen hat. Diese Art von Daten werden in Wikidata gespeichert. Diese Daten können dann in den anderen Wikimedia-Projekten, wie zum Beispiel Wikipedia, aber auch außerhalb von Wikimedia weiter verwendet werden. Die Idee dahinter gab es seit 2005. Damals haben Danny Vrandecic und Markus Krötzsch auf der allerersten Wikimania in Frankfurt die Idee vorgestellt, Wikipedia semantisch zu machen. Daraus entstand dann Semantik Media Wiki, das ein sehr erfolgreiches Projekt ist, allerdings nie in Wikipedia selbst benutzt worden ist. Da Danny Vrandecic und Markus Krötzsch die Idee von der Unterstützung von Wikipedia natürlich aber auch weiterhin hatten, haben sie dann 2012 mit der Entwicklung von Wikidata als Software hier bei Wikimedia Deutschland angefangen. Die Community ist das Herzstück von Wikidata. Ohne die Community würde es Wikidata nicht geben. In den letzten fünf Jahren haben wir eine ganze Menge erreicht. Wir haben angefangen mit einem leeren Wikidata. Und seitdem haben wir etwa 18.000 Freiwillige jeden Monat, die helfen, Wikidata aufzubauen. Sie sind die, die das Projekt im Leben erhalten und mit Leben füllen. Und heute treffen sich 200 Menschen in dieser Community, um den guten Geburtstag von Wikidata zu feiern. Ich bin sehr stolz auf das, was wir über die letzten fünf Jahre erreicht haben und freue mich, was in den letzten fünf Jahren passiert. Alles Gute zum Geburtstag, Wikidata! Du wirst erwachsen, du wirst immer größer und es macht riesen Spaß, dich dabei zu bilden. Röses Anniversal Wikidata! Happy Birthday, Wikidata! Happy Birthday, Wikidata! Happy Birthday, Wikidata! Happy Birthday, Wikidata! I hope in 5 Jahren, it will be this place central for the knowledge of all human beings. Happy Birthday, Wikidata! Alles Gute zum Geburtstag und auf die nächsten fünf Jahre. Liebes Wikidata, Happy Birthday und einen schönen Start ins neue Datenjahr.